Jaaa! Ja, der Müller. Auf ein Wort, junger Borsche. Na dann, komm mal quatschen. Ja. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Pesek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen zwei Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Adalasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Wird ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber... Du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweisst, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Zahlen wir einfach, oder... ...gehen wir den Deal ein? Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es könnte... Ja, ich sag mal, böse enden, ne? Wenn es um so Schwarzmarktgeschäfte geht, mit viel Geld, ich weiß es nicht. Es gab sicherlich alles damals auch schon, nicht ganz so fortschrittlich wie heute. Aber... ...können wir das schon vorstellen. Und, äh... ...können wir nicht einfach zahlen. Ja, wir haben ja auch kein Geld. Ja, wir lagen da quasi zwei Wochen rum. Man hat uns eure mitgenommen. Und... ...ob wir noch Geld haben, wissen wir nicht. Haben wir jetzt gerade nicht geprüft. Äh... ...da ist die Frage jetzt, ne? Also, mich interessiert es natürlich schon, was er jetzt genau will. Ach, komm. Na schön, was soll ich für dich tun? Nix Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel. Bis auf das Nicht-Erwischen-Lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist ne Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige... ...Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schicke dich auf dem Feld und lasse dich rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du. Aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalk... ...oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Ach, komm mal, zöhn mir mehr. Ich habe mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojcik von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist ihn über, so wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Tor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Okay. Oder wir beschaffen, das Geld zu holen. So wäre es natürlich am einfachsten. Aber da jemand auszubuddeln und uns da nicht zu erwischen lassen, das ist schon ein bisschen heikel. Und wie auch hier steht, nein, ich setze nicht meine Ehre aufs Spiel. Also rein ethisch kann es nicht, nee. Wir machen, auch mit der Ehre, die wollen wir natürlich auch nicht aufs Spiel setzen und die Leute ausgraben, nee. Wir haben jetzt so viel Tod gesehen schon hier im Spiel, ja, und das, nee. Das hast du schön gesagt, aber es ist und bleibt eine Schandtat. Ich mach das nicht. Meine Ehre ist mir wichtiger als Silber. Ich geb dir die Chance, deine Schulden abzuarbeiten. Du kannst dich da nicht rauswinden. Ich will mein Silber zurück. Sonst mach ich dir das Leben zur Hölle. Wirst sehen. Ja. Ich muss etwas essen. Was denn? Eingeweidet ziehen sie schon zusammen. Okay. Genau wie ich es vermutet habe. Wir haben, ähm, weder Geld noch Dingensbombenst. Ne? Also man hat uns, ja, nackig gemacht. Nur so ein einzig was haben die Schlüssel, die brauchen die ja nicht. Die wissen ja gar nicht für was. Alles andere haben sie uns einfach weggenommen. Oh. Äh. Oh. Oho. Die haben mir das nicht weggenommen. Die haben das in die, äh... Truhe gelegt. Alles klar. Ja. Ja. Ich habe das nicht weggenommen. Ich gehe es mir. Ja. Und dann koch. Ja. Ich gehe negativity. Weil duости glaube ich nurất. Dann haben wir mal einen mit. Ja, dann Schuhe. Okay, auch selbst unser Geld war noch hier drin. Ja. Okay. 13, 12. Okay, die können wir auf jeden Fall verkaufen. Okay, wo geht's denn hier noch an? Oh. Gut. Kann ich was fragen? Was ist mit den Skarlitzern? Gott schickte sie als Strafe für unsere Sünden. Sie arbeiten nicht, sondern faulenzen nur und betteln. Und man muss ein gutes Auge auf seine Habe werfen. Hoffentlich sehe ich bald nur noch ihre Kehrseite. Okay, das ist nicht so beeindruckt von den Leuten. Was hältst du von all dem, was sich ereignet hat? Mich kümmert sonst nicht, was die hochwohlen Herren tun. Aber dieser Schlamassel ist schlecht fürs Geschäft. Die zwei Brüder, da sollten die Sache unter sich klären, ohne uns mit reinzureiten. Mir ist es Schnurzbiet egal, wer König ist. Aber dieser ungarische Eindrängling geht zu weit. Ja, das haben wir wohl, das haben wir. Oh. Okay. Jetzt sind wir ein Ratzignus auf jeden Fall, ja. Wo ist denn hier die Holtemite? Joa. Aber schön fein. Ah. Schön. Da ist er. Uh. Hey. 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 Hast du schon gegessen? Noch ein bisschen. Das Brot war sehr gut. Hast du es gebacken? Ja. Freut mich, dass es geschmeckt hat. Brot. Haben wir gar nicht gesehen. Brot. 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 Hier ist noch ein. Okay, da kommen wir nicht rein. Wo hat es denn das hingelegt? Gehenstand kochen. Gehenstand kochen. Okay, wir können also auch. Da. Ja. Zack. Zack. Ich habe kein Boot gesehen. Ich weiß nicht wo du das hingestellt hast. Ah, okay. Wir gehen jetzt da hoch auf jeden Fall mal. Schauen uns das an was da so will. Beziehungsweise wir wollen ja eigentlich was von ihm. Und zwar berichten dass wir das Schwert verloren haben. Wir klappern ganz schön ne. Was klappert denn hier so? Wahrscheinlich das hier. kh�. Ich muss das hinauschauen. Ich gehe mal auf jeden Fall. Mach es nicht so. Aber die sind ja auch einfach das hinauschauen. Wir machen jetzt noch ein paar Schatten. Oh mein. Oh mein, ich mache jetzt nicht mehr so viel. Ich mache mich noch gar nicht mehr so viel. Es tut. Schnell weißer Ort entdeckt. Gott sei mit dir. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Wie ist das Leben in Ratai? Das ist eine Gutsstadt. Und unser Herr verstrickt sich nicht in politisches Gezanke. Also ist es hier friedlich. Wie kommen die Ratai ja mit den Flüchtlingen aus? Tja, sie haben es schwer, keine Frage. Aber hier ist nicht genug Platz für alle. Wie lange hausen sie noch in unseren Gassen? Da kommt nichts Gutes bei raus. Was, wenn einer von ihnen die Pest eingeschleppt hat? Hast du irgendetwas über die Kumanden in Sigismunds Armee gehört? Komm mir nicht mit dem Geschmeiß daher. Ein Waffenknecht in der Schenke sagte, dass die Barbaren Menschen fehlen und Walbers schänden. Nichts ist denen heilig. Dreckiges Heidenpack. Ja. Oh, ich wollte mich da noch rumschauen. Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Garlitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzich-Kobilla von Dwojitz. Sicher. Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft? Und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzich dir das Fell gerbt. Oh, wir können ja drin schlafen, okay. Gut. Kann ich mit dir reden? Nee, hast keine Lust. Sorry, ich musste gerade husten. Dann habe ich mich gemutet. Ich bin immer noch, wie man es hört, etwas erkältet. Schleifstein. Wir wollen eigentlich zum Herrn Ratzich. Hallo. Guten Tag. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Der junge Herr Hans ist der Burggraf und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Das ist kein Tag, auf den ich mich freue. Wie ist das Leben in Ratai? Das Leben ist gut. Gott hat gefügt, dass der Krieg uns bisher verschont. Abgesehen von den Flüchtlingen ist es friedlich hier. Wie kommen die Ratai ja mit den Flüchtlingen aus? Ich weiß, sie können nirgendwo hin. Skalitz ist nur noch Asche und das Umland ist nicht sicher. Aber sie sind schon zu lange hier. Manche von ihnen stehlen und nicht einer weiß die Opfer zu schätzen, die wir für sie erbracht haben. Ja, okay, das können wir alles schon. Wo könnte das sein? Da müsste ja irgendeine Nobelhobelhütte sein, ne? Wir sitzen im Dunkeln, Fackeln erhellen eure Stube. Eure Felder liegen brach, kauft meine Hacken. Euch fehlt Stroh, ein Rechen wird's richten. Ich dachte, jetzt kommt hier noch was. Na gut. Da ist ne Kirche. Maruna. Wie behakt ihr das Leben in Ratai? Schätze, uns aufzunehmen, war gütig. Aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich nen Dreck um uns. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wär wegen des Silbers gewesen und weil Herr Ratz sich zum König hält. Ich wollte dir eigentlich ein bisschen Geld geben. Gott behüte dich. Kann ich's vielleicht? Oder mal kann ich's fallen lassen? Oh ja. Okay, sie hebt's aber nicht auf. Na gut. 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 Vielen Dank. Das lässt uns einfach so durch. Hier geht es wieder raus. Der Razzik muss irgendwo hier sein, oder? Das ist sein Pferd. Kann uns einer hier was sagen? Hey. Oh ja. 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 Ich kann auch nichts mitnehmen. Auf jeden Fall sieht das hier nobel hobel aus. Ja. 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 Ich weiß bloß nicht, ob das wirklich da ist. Aber meistens ja so. Ich komme auch nicht durch, hier ist irgendein Geber. Beste Grüße. Ich habe schon gesehen. Aber du, du hast Silber. Okay, wir sind Regeln. Okay. Dann los, wenn du glaubst, du könntest mich schlagen. Immer langsam mit den jungen Pferdenbürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Stefan und ein Kerl namens Löckchen. Kämpfen wir. Habe ich nicht gesagt, komm erst wieder, wenn du Stefan und Löckchen verbläut hast? Okay, wir holen erst mal die Origins. Wobei, die sind jetzt, oh nochmal, die sind jetzt grün, ne? Komm, wir gehen erst zu denen hin. Heinrich, was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Ach, lange Geschichte. Aber was ist mit dir? Wie bist du aus Garlitz entkommen? Das glaubst du nie. Ein himmelzerreißender Sturm ist nächtens aufgezogen und Sigismunds Heiden rannten in ihr Lager. Die hätten im Traum nicht gedacht, dass Herr Ratzig den Sturm für unsere Flucht nutzt. Das ganze Dorf konnte mir nichts, dir nichts entkommen. Und am Morgen fanden diese Hunsfötte nur ne leere Burg mit ner alten Ziege drin vor. Wie gern hätte ich ihre Gesichter gesehen. Ich auch. Die habt ihr richtig an der Nase herumgeführt. Glück und Gesundheit. Bist du nicht Löckchen? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Du bist der Sohn vom Schmied, oder? Was hättest du davon? Du musst schließlich nicht im Dreck hausen, wie der Rest von uns. Mag sein. Aber warum sollte ich nicht versuchen, ihn zu erleichtern? Ja, damit du's den Bedürftigen geben kannst. Du, Pfau, willst gegen mich kämpfen? Dann lass springen, oder verpiss dich! Okay. 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 Komm her. Püle. Da. Was ist das? Das war nicht. O, was ist das? Genau, das war nicht. So, was ist es, wenn du zu erinnerst. Dann ist er. Oh Yeah ah 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 for guns yeah ow ah 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 come head Dafür wirst du büßen. Cool. Gibt paar Groschen. Lass mal was essen, so. Jetzt weiß ich wieso nicht. Warte mal, Schnellreiseort mehr haben. Schnellreise, Schnellreise. Sehr schön. So, jetzt holen wir noch den anderen. Pickel? Beste Grüße. Wie behakt ihr das Leben in Ratai? Diese Ratajer da würden uns am liebsten fortjagen. Neben uns keine Arbeit und betteln lassen sie uns auch nicht. Was sollen wir denn tun? Maledeiter Krieg. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Siegesmund ist wohl mit den tschechischen Herren im Krieg und hat den König entführt. Und unser Herr hält's mit Wenzel. Oh, schöne Brötchen. Antonia. Antonia. Wie behakt ihr das Leben in Ratai? Ja. Es wär gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken, der bankert. Aber was hilft's? Wir können sonst nirgendwo hin. Ja. Schon klar. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Was weiß ich? Die Herren gehen sich gegenseitig an die Gurgel und wir müssen's ausbaden. Wie immer. Die waren wohl hinter den Silberminen her, was? Ja. Irgendwie sowas haben wir auch in Erwägung gezogen. Ich schäme mich so, dass ich zetteln muss. Aus Scarlet stamm ich. Und... Beste Grüße. Okay, der hat nichts Neues. Stefan. Guten Tag. Du bist Stefan, nicht wahr? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Ach ja? Und warum willst du? Ach, egal. Ich kämpfe gegen dich, wenn du zahlst. Was sagst du? Ja. 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 Da ging ich schneller. Kohle her. Oh, der hat ein Deutsch. Den nehmen wir mit. Ja. Das ist klar. Das müssen wir mal gucken. Satheit 94 passt. Ähm. Wir müssen noch mal sehen, dass wir ein paar Sachen verticken. Irgendwas macht unsere Redekunst schlecht, hm? Aber was? Ja. Ach, Mep. Da. Und der rupft da rum. Hm. So. 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 Glückwunsch. uhr daneben woher Leck mich doch! Oh! Wow! Das! Ah! 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 Ah 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 Oh nein, 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 nein. Oh, das wird knapp, doch. Gott verdammt! Ja! Das ist echt knapp gewesen. Ah, wir brauchen was zum Heilen. Erstmal ne Runde pennen. Oh. 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 So, die Sonne geht auch gleich wieder auf. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. und dann gehen wir da hoch und sagen wo der Schwert halt geblieben ist bis dahin, ciao ciao